Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen von Chile repräsentiert Chile im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem Fußballverband von Chile unterstellt und wird von der Spanierin Marta Tejedor trainiert. Die Auswahl bestritt ihr erstes Länderspiel bei der ersten Südamerikameisterschaft 1991. Das zugleich das erste von der FIFA gezählte Frauenfußball-Länderspiel in Südamerika war. Sie nahm in der Folge auch an allen weiteren bisher ausgetragenen Conmebol Südamerika-Meisterschaften teil. Der zweite Platz 1991 als nur drei Mannschaften teilnahmen war dabei der bisher größte Erfolg. An einer Weltmeisterschaft bzw. an den Olympischen Spielen hat die Auswahl von Chile bisher noch nicht teilgenommen. Bis November 2006 spielte Chile nur gegen südamerikanische Länder. Nach drei Jahren Länderspielpause fanden im November 2009 dann erstmals Spiele gegen ein mittelamerikanisches Land statt und im Dezember 2009 zwei Spiele gegen China, sowie Anfang 2010 Spiele gegen Japan und Dänemark. Diese in Coquimbo ausgetragenen Spiele waren auch die ersten Heimspiele. 2011 nahm Chile erstmals am Algarve Cup teil und bestritt damit erstmals Spiele in Europa. In der Gruppe der schwächeren Mannschaften belegte Chile den letzten Platz. Konnte aber das Spiel um Platz 11 im Elfmeterschießen gegen Rumänien für sich entscheiden. Turnierbilanz Die chilenische Mannschaft nahm erst einmal an dem seit 1999 ausgetragenen Frauenfußballturnier der panamerikanischen Spiele teil. Die Nationalmannschaft nahm einmal am Algarve Cup teil und spielte dabei in Gruppe C, in der zunächst die schwächeren Mannschaften gegeneinander antreten. Siehe auch Liste der Länderspiele der chilenischen Fußballnationalmannschaft der Frauen Chilenische Fußballnationalmannschaft